Das Angebot für unsere Wintergäste ist vielfältig. Wir vom Hotel bieten wöchentlich mehrere Schneeschuh-Touren an, wo wir zwischen zwei und sechs, sieben Stunden unterwegs sind. Es gibt so viele Möglichkeiten bei uns im Tal, eben mit Schneeschuhen durch die schöne Winterlandschaft zu gehen. Außerdem gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Skitouren-Möglichkeiten, natürlich auch hochalpine Touren. Außerdem wird noch angeboten Langlaufen, Eisstockschießen, Pferdekutschenfahrten oder einfach Winterwandern in der schönen Landschaft. Und so ist alles und gerne laden wir viele Gäste ein, solche alternative Wintersportarten mit uns zu machen.